Okay, wo soll ich denn hin? Ähm, ja gut, in Nassau habe ich schon alles entdeckt. Ach, das ist mein Ziel, okay. Ja, muss ich hier bloß rauskommen oder ich nehme einfach mal die Schnellreise, die mich dorthin führt. Ach, mit Steuerung natürlich, drücke immer nicht verfügbar. Wieso, was? Wieso denn nicht? Ja, wieso ist die nicht verfügbar? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach Gott, was willst du denn? Alter, der schießt hier noch auf mich. Ist doch das einzige, was er kann, weißt du. So. Voll der Noob. Ja, echt mal. Kannst du dich nur feige in Dings begeben und dann, naja. So. Okay, ich möchte hier raus aus diesem Vor. Äh, oder aus diesem Dings da. Und dann möchte ich... Lass mich doch mal in Ruhe hier. Ich will doch nur zu dieser Aufgabe, äh, also zur Mission, zur Hauptmission, die Story weitermachen. Huch. Ach, Alter. So, hier, wo muss ich denn hin? Hier? Nicht. Nö. Hier irgendwo? Fragezeichen. Sieht im Moment nicht so aus. Hm. Na? Ach, hier ist es, genau. Also, hier. Also, da oben. Wahrscheinlich. Hier. Ich habe das Ziel gef... Ja, erst mal über die Tische steigen. Egal. Huch, nein, du sollst die Mission statt nicht hängen lassen. Seht sie an, die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles. Mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Na, so ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver- und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Ah, hey. Nehmen wir ein Rackhams Schiff. Na, ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. So, erstmal heimlich was getrunken. Wach mit Antatsserie töten und was das Blasrohr einsetzen. Okay. Gut, ich soll Pulverfässer stehlen, offensichtlich. Ja, so. Diese Zwischensequenzen eignen sich eigentlich ganz gut um... Ach, warte mal, warte mal, was? Ne. Zählt das schon? Ne, das zählt, glaube ich, nicht scheinbar. Höh, hallo? Das war doch ein Attentat. Das zählt irgendwie nicht. Ruf nicht du. Die Wachen natürlich. Ähm. Ne, warte mal. Jetzt gucke ich... Ach, gucke ich nochmal. Wachen mit einer Attentatsserie töten. Achso. Ja, gut. Das sind aber nur zwei... Guck mal, da sind vier. Aber wie kriege ich die jetzt? Geh doch mal da hoch. Das geht doch sonst nicht. Also, das will ich jetzt auch mal probieren. Das muss ja irgendwie möglich sein. Jetzt da rein. Das Problem ist, jetzt sehen die mich gleich. Das ist doof. Du sollst doch nicht da hoch... Ach, naja. Nein, nein, ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Mist. Nein, jetzt bleibt doch mal da. Nein, ach Gott. So viel zum Thema Attentatsserie. Das waren nur zwei. Nicht mal. Ja. Also, Attentatsserie klappt wunderbar. Scheiße. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ist ja auch irgendwie... Schwierig, denke ich mal. Soll zumindest sein. Denn sonst wäre es ja nicht schwierig. Ha. Lustig. Tolle Aussage, echt. Ne, keine Ahnung, wie das gehen soll. Achso, ich könnte die mal plündern. Siehste, ich muss nämlich das Glasrohr irgendwie einsetzen. Habt ihr noch Munition? Äh, erbeuten wir das hier mal. Das sind Kugeln. Ich brauche eigentlich die Pfeile. Ich kann die zwar auch selber herstellen. Aber ich würde die gerne plündern. Na, hast du vielleicht was? Nö, ne. Bestimmt nicht. Natürlich nicht, oder? Ne. Ich hab nur ein... Ach, davon hab ich noch fünf Stück. Okay. Von den Berserker Pfeilen. Ja, gut. So, was war das? Ich soll das Glasrohr einsetzen, ne? Ja. Glasrohr gegen 18 Stück sogar. Warte mal, halt. Jetzt geh ich hier dauernd ins, äh, Dings, äh, Herstellung. Äh, 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 Berserker Pfeil 1. Dafür brauche ich eine Bullen-Hai-Haut, Schlaffpfeil, Pantherpelz. Hab ich natürlich alles nicht. Äh, ja. So viel dazu. Ich kann die natürlich auch einfach... Wo sind sie denn? Hier unter mir scheinbar. Hä? Warte mal, wat? Wo sind die denn? Da sind die. Ähm. Huch. Sterb, die elenden Wachen. So wie das mit der Attentats-Serie gehen soll. Ich hab keinen, keinen blassen Schimmer. Echt nicht. Huch, die gehen da noch. Oder sind das neue? Ne. Die meisten einfach nur rumstehen die ganze Zeit. Finde ich auch sehr interessant. Naja. Faszinierend. So. Äh, das Fass soll ich stehlen, ja? Da will ich mal, will ich ja mal keinen Fass aufmachen. Ich glaub, das ist hier unten. Äh, wo denn? Hä? Hier? Nee, hä? Hm. Tot. So. Okay. Sterb, die elenden Hunde. Aua, verdammt. Ich seh gar nichts. Huch. Jetzt wirft er ne Bombe dahin. Okay, ich frag da gar nicht nach. Aua. Dreckskackmist. So. Hilfe. Jetzt stirb doch endlich mal. Alter, wie oft soll ich dir noch den, den Bauch aufschlitzen? Das ist ja schlimm. So, ich regenerier mich erstmal. Warte, 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 warte. Man kann mich schon mal, nee, nicht das. Diese Pfeile wollte ich einsetzen. Genau. Und zwar gegen die Wache dort hinten. Da war doch eben eine. Jetzt ist hier natürlich auch gar keine. Okay, lassen wir das. Ich nehme das hier mal. Dieses Festchen. So. Die Wache war... Ach, die ist bestimmt nicht hier, sondern oben irgendwo wahrscheinlich. Hm, naja. So, hier bin ich jetzt. Dann, äh, hole ich mal das nächste Fass, würde ich sagen. Ne, und dann, äh, schauen wir mal. So, was ist denn da das nächste? Ich glaube, das da. Keine Ahnung. Das sieht man nicht, wie weit die weg sind, leider. Außer man guckt natürlich auf die große Karte, was ich jetzt nicht machen möchte. Ah, Gott. Das sind ja über 100 Meter. Naja. Gut. Huch. Na nu. Okay. Der läuft aber ganz schön schnell, muss man sagen, ne? Schon krass. So, viermal Blasrohr eingesetzt. Huch. Eingesetzt? Huch. Alter, mit Emus. Ich konnte nicht drück dauernd weh. Der kann auch gar nicht so gut kämpfen. Ich hab doch die Pfeile eingesetzt. Ist ja seltsam. Apropos, hast du vielleicht Pfeile? Hallo? Na, komm schon. Gib mir ein paar Pfeile. Ach, ein Schlafffeil. Wow. Naja. Ist jetzt nicht so viel, leider. Ähm. Du hast auch keinen. Natürlich. Ist ja klar. Okay, ich geh jetzt hier mal erstmal in Deckung und dann guck ich mal da. Kann ich ja einmal so einen wunderschönen Pfeil einsetzen. So. Okay. Huch. Na nu. Ähm. Na, komm schon. Oder heißt dieses Dings, das ich E drücken muss. Diese Ausrufe. Dieses Ausrufezeichen. Lauf doch mal weg, bitte. Oder auch nicht. Hilfe, weg da. Weg da. Nein. Arg. Scheiße. Mann. Ich wollte doch gerade weglaufen. So. Verdammt. Was mach ich denn heute nur? Stell mich wieder richtig toll an. So. So. Er ist wieder bei eins gelandet. Das Glasrohr-Dings. Okay. Dafür hab ich jetzt aber wieder... Fünf Pfeile. Das ist ja auch sehr toll. Hm. Naja. So. Wo muss ich denn hin? Was ist denn das nächste? Ich hab keine Ahnung. Ich laufe jetzt erstmal da hinten hin. So. Das sind nur zwei Wachen, ne? Ich brauch ja... Mist. Ich brauch irgendwie vier Wachen. Wie soll ich die denn töten? Mit einem Attentats... Mit einer Attentats-Hoch-Serie? Nanu. Ich hab absolut keinen blassen Schimmer. Wirklich nicht. Weiß ich nicht. Da unten sind welche. Aber die kann ich von hier oben nicht erreichen, oder? Nee. Das klappt so nicht. Vielleicht... Vielleicht vom Baum aus hier. Das waren aber trotzdem nur zwei. Das verstehe ich nicht. Hä? Ich soll doch... So viele töten. Und das sind nur zwei. Und eigentlich sollte ich doch... Wie soll ich denn? Vier mit einer Attentats-Serie töten. Er greift ja auch nur zwei an. Da waren ja schon vier. Das verstehe ich nicht. Das ist mir ein Rätsel, du. Weiß ich echt nicht. Nee, keine Ahnung. Also wenn ich das wüsste, würde ich ja nicht fragen. Nee, also wirklich. Ich hab keine Ahnung. Ihr könnt's ja gerne in die Kommentare schreiben, wie das gehen soll. Ich weiß es nicht. Da sind zum Beispiel vier Wachen. Aber selbst die werde ich nicht. Schlaf mein Wach. Schirn schlaf ein. So. Fünf von zehn habe ich eingesetzt. Erst echt nur fünf? Nee, sechs von zehn sogar hoch. Alter Schwede. Ist zu viel hier. Jetzt schießt der noch auf mich. Der Arsch. Huch, der wirft eine Bombe. Das ist gar nicht gut. Da muss ich mal... Jetzt lauf doch mal. Mann. Ach du Scheiße, Alter. Wie viel sind denn das? Gibt's ja nicht. Da. Noch eine dämliche Bombe. Ah. So. Schießt der einfach auf den falschen. Huch. Alter Schwede. Was? Ich weiß jetzt gar nicht... Uah, Bombe. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Hier sind zu viele. Ah, schon wieder so eine Drecksbombe. Ich bin weg. So. Ah, ich hab von jedem... Von jedem Pfeil nur eins. Äh, also null. Also von beiden Pfeilsorten hab ich nur null Pfeile. Das ist ungünstig. So hoch. Nun, jetzt wirft der schon wieder eine Bombe. Mann. Wo seid ihr da? Da seid ihr. Okay, einer schon mal tot. Gleich, warte. So. So. Da unten ist nur eine Bombe. Scheiße. Weg. Lauf, 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 lauf. Regenerier dich mal ein bisschen. Ja, da hinten ist gleich die nächste Wache. Natürlich ist da... Diese haben die alle Bomben. Ich will auch Bomben haben. Gibt's ja nicht. Das ist unfair. Echt mal. Na, komm schon. Stirb. Nimm dies. Ich glaub, den Spruch hatte ich noch gar nicht. Nimm dies. Elender. Äh. Äh. Engländer. Oder so. Keine Ahnung. Huch, jetzt geht er unten drunter durch. Wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich oben drüber, aber gut. So, der ist jetzt auch tot. Wo wollte ich eigentlich hin? Achso, das ist fast hier stehen. Ich erinnere mich. Da vorne ist es ja. So. Ich habe die Hoffnung, dass mich da nicht allzu viele angreifen. Kann ich das mitnehmen? Nö, kann ich offensichtlich noch nicht. Kann ich jetzt? Na, darf ich? Ah, jetzt. Jetzt darf ich. Okay. Gut, dann nimm es mal bitte. So. Okay, hast du vielleicht Munition? Na, was hast du? Vielleicht Pfeile? Natürlich nicht. Nur 15 R. Toll. Was soll ich denn damit? 15 Real. Na, komm schon. Stirb. Du Elender. Huch. Hast du vielleicht? Was für mich? Na. Was hast du? Bestimmt auch keine Munition? Natürlich nicht. Ach, Kugeln. Ja, die habe ich ja schon. Ich glaube, ich muss dann zum Shop gehen hier. Und diese Pfeile kaufen. Ich kann die natürlich auch herstellen. Das weiß ich ja auch. Aber hast du vielleicht was? Bestimmt auch nicht. Die haben alle die Pfeile nicht. Das ist ein bisschen doof. Okay, ich gehe zum nächsten Shop. Wo ist denn der? Da. Ne, warte. Du bist ein Hafenmeister. Das ist ja falsch. Mensch. Du bist ein Waffen-Shop. Gemischt waren Laden. Und das nächste Dings ist... Ach, hier vorne schon, Mensch. Na, dann gehe ich jetzt erstmal... Bups. Hier hin. Okay. Warte mal. Schon wieder diese Wachen. Tschüss. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich sechs Stück da... Oder vier Stück davon den auf einmal töten soll. Oder mit einem Attentat. Oder wie auch immer ich das verstehen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich soll doch hier irgendwas... Warte mal. Irgendwas stehlen. Jetzt schießt er da oben. Lauf doch mal weg, bitte. Jetzt lauf doch mal so. Blöder Scharfschütze. Warte mal. Kommst du da hoch? Ja, kommst du. Gut. Hoch, Alter. Was? What the fuck? Wer schießt denn da auf mich? Hilfe, ich gehe jetzt mal weg. Die haben auch noch Pistolen. Ich glaube es nicht. Na gut, die habe ich natürlich auch. Aber... Das ist ja nicht wahr. So, ich laufe jetzt hier erstmal. Stell mich jetzt hier hin. Die sehen, die sehen sie mich bestimmt nicht. Ne, weiß ich nicht. Ähm... So. Okay. Ich bin aus ihrem Sichtbereich raus. Das ist ja schon mal was. Äh... Es sind einfach so viele. Das ist unfassbar. Hoch, von hier aus treffe ich natürlich auch nicht. Habe ich irgendwen, der näher ist? Ja, dich. Und vielleicht dich. Hoch. Scheiße. Jetzt kommen natürlich alle auf einmal. Ich weiß hier auch nicht weiter. Ja, ich weiß. Ich soll hier Rauchbomben einsetzen. Aber... Das bringt hier auch nicht so viel, glaube ich. Huch. Hier muss ich sowieso gerade... Lass mal weg. Jetzt lauf doch mal. Alter, bist du blöd. Da ist eine Bombe. Verdammt. Haha. Weißt du, statt einfach wegzulaufen, kämpft der natürlich. Oh, guck mal. Eine Schildkröte. Ist ja krass. Also das mit dem Konto hat irgendwie nicht geklappt. Ja, schon wieder eine Bombe. Na komm schon. Da ist er doch schon tot. Du wirfst auch nochmal eine Bombe. Alter, jetzt lauf doch mal. Jetzt lauf. So. Huch. Hat die Bombe ihn jetzt umgehauen? Das wäre ja irgendwie seltsam. Hast du vielleicht Munition plündern? So, hast du vielleicht was? Naja. Oh, eine Rauchbombe. Oh, zwei Schlafffeile. Das ist ja praktisch. Die kann ich ganz gut gebrauchen. Eine Rauchbombe und noch zwei Schlafffeile. Dann kann ich ja erstmal hier ein paar Wachen einschläfern. Sozusagen. Warte, wo sind sie denn, diese Wachen? Schauen wir doch mal. Wo sind die denn jetzt? Da vorne sind welche irgendwo.